ARD Text im Auftrag von Funk Nicht über Sky Nein! Ich doch nicht! Nein! Nein! Ich hätte doch lieber den Freistoß Also ich habe hier schon wieder Spaß Auch Regen, meine Güte Das ist unser Wetter Das ist unser Wetter Das ist unser Wetter Ja hier, komm Oh schade, nicht mal getroffen Das ist immer ein schlechtes Omen Wenn die erste Kritsche nicht sitzt, ist das ein schlechtes Omen Ich dachte, das ist scheiß Spiel Oh Mann, ich habe keinen Platz für alles bekommen Das ist ja scheiße Oh, ich arbeite dran Was? Jetzt, Tom Na, gelb Ich hätte das so gefeiert Tom, es ist unglaublich Du schaffst es innerhalb von 10 Minuten Eine gelbe Karte zu drehen Ja, ansonsten gewinnen wir nicht Ansonsten gewinnen wir nicht 4 Minuten Das ist ja so, ne? Also mit einem Platzverweis geht alles Oh 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 Scheiße Oh Nicht übertreiben Nein, ich doch nicht Nein 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 Ich hätte doch lieber den Freistoß Also Also ich habe hier schon wieder Spaß Ach Ach Oh Mann, oh, nicht getroffen Nein Sehr schön habe ich Max, was machst du? Ich habe... Ich habe... Alle nach vorne Alle nach vorne Wenn sie es lieber köpfen sollen Ich habe doch geköpft Ich habe doch geköpft Ne, mache ich jetzt Oh Was machst du? Okay Ich warte in der Mitte Ach so Ach schade Aber den kriegen wir wieder Genau Ach, mein Fehler, sorry Ich... Nein Mach dich wieder gut Ja, weiter Weiter geht's What the hell? Schieß rauf einfach Schieß einfach mal rauf Schieß doch rauf hier Schieß Ja 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 Es geht doch Schöne Sache Meine Güte Ach Klasse Steckst du auf Offensiv? Puh So, ich habe noch eine weitere gelbe Karte Kassiert Was ist jetzt los? Ich dachte nur, ich sollte auf Offensiv stellen Ach so, okay Schlecht Ich habe gerade das Gefühl, du bist irgendwie weg Ah Dann müssen wir grätschen Ja Ja Schön Wunderschön So ein Lacken Ach quatsch, ich habe was drauf Ah, doch Al Warte Kommt ein bisschen weit Kein Thema habe ich Ach so, ich wollte den vorne Ja Schön Jetzt weiß ich nicht so recht, was ich machen würde Oh 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 Schöne Sache Pass auf, wie Gewinne spielen Ja Ich habe so ein Gefühl Ich brauche Ey, nee Jetzt gibt's nicht Aggressiv rauf hier Sehr viel zu aggressiv Na Quatsch, gar nicht Noch nicht mein Platzverweis hier Ja, das tut nicht ey Erst zwei gelbe Karten Das ist nichts Na Und der Platzverweis aus Norden Vergesst ja nicht Ja geschenkt Wir müssen eindeutig mehr passen Kriegsgefühl Ja Bei dir außen müssen wir mehr machen Oh Bin ich jetzt geil drauf Alter Schwede Alter Schwede Alter Schwede Oh Oh Jetzt geht alles Der hat jetzt schon fünf Tore mehr geschossen als ich Oh 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 Nein Ja Falsch doch Bin ich nicht Frustrierend Nein Oh, Tom hat jetzt schon sechs Tore geschossen Ja Mach, mach, mach alleine Nein Kritsche Ja Es gibt's nicht Meine Güte Meine Güte War das abseits? Na Mist Ey Ey Ich rauskriege gar nicht Achtung Nein Nein Doch, doch, doch Oh, schade, krieg ich ihn um Den kriegst du nicht Den hat er sich einfach nicht verdient Nein Nein Doch, doch Sehr gut Ja, fast Jetzt, jetzt fängt er an zu faszinieren Jetzt Nein Ich doch nicht Jetzt, jetzt kommt er Wirst du griffen, kann ich auch Ich träume von Karten hier Mann, nur gelb Das ist ja gar Ja Jetzt Oh, so ein Loser Hätte ich mir wahrscheinlich nochmal außen vorbeilegen sollen Aber hier Ja Oh, nein Schade Was, 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 was sind das für Ecken? Nein Nein Zwei reichen Das habe ich aber anders gesehen Ja 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 Ja, die stehen alle immer am Ja, komm, komm Oh Oh Noch ein Tor kriegt er nicht Irgendwie wer da durchgekommen ist Jetzt gibt's nicht Den hat er kriegt er nicht Huch Ne, den gönne ich ihm auch nicht jetzt heute Endlich nicht Was, was, was soll Was soll das Mann Was, 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 was Komm, hier Weg mit dem Torwart Oh, Mann, ey Wieso kann er nicht passen? Ja, das war schön Was, was, was ist das für eine Abwehr? Wie spielt die Abwehr? Keine Ahnung Also Sehr gut Ja, okay Oh Ich fang gleich an zu brüllen Was ist das? 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 Oh, Traumhafter Pass Oh, ohne Spaß? Was ist das denn? Oh, schade Was liegt's am Was ist das? Was ist das? Jetzt steht der da auf einmal so frei wieder alleine Na, nein Schade Ja Das gibt's nicht Ja, schieß, schieß, schieß Oh Was? Alter, ey Alter Bei dem Wetter verspringen die Bälle Aber die Ecke kommt gut Nee Oh Oh Ja Da starrt ein Max Das Gerät er auch Oh Oh Nein Das will ich nicht Max, was machst du denn das? Das ist unglaublich Also, wir sind gut drauf bisher Ja, läuft halt Heute, heute ist irgendwie so weiter Meine Fresse, ey, was ist hier los? Dann werde ich auch anrufen Tom, Tom hat eindeutig geschehen Wieso hat er denn das? Ich hab auch zu sehen gewechselt Den gibt Drogen oder so, keine Ahnung Ja, no Irgendwas davon Irgendwas davon Ah Das war Insass mit Dicks Hauptsache weg Oh, nee Unglaublich Wir sind noch in der ersten Halbzeit Ja, ja Ja, ja Es ist noch drei Tore können fallen Es geht doch Ja, war wirklich schön Das gibt's nicht Ja Hier, 0 Ja Aber echt jetzt Das klappt Das ist etwas lächerlich Ja Lächer und löchrig Ja Ah Ganz stark Alter, ey Nee, nee, nee Das Team ist doch gedobt Das ist gedobt Natürlich Natürlich Was benutzt du denn für'n Cheese? Du nennst die Skill kannst du dir mal runterhauen Echt? Wie viel kostet das? Ja Schön Abseits Ja, bitte Amber Amber Was habt ihr? Ja Ja Ziemlich Ziemlich große Führung Die habt ihr Boah Ich mach hier jeden Boah Wie macht es wie 3 gegen Tonnen? Wie macht es wie 3 gegen Tonnen? Alter 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 Wie macht es wie 3 gegen Tonnen? Oder so? Ja Das machen wir danach noch Nicht mal der Paske Geht das überhaupt 3 gegen 1? Ja, klar geht das Klar Fünf Eier Boah Geile Scheiße Ey, mal ehrlich Fünf Eier So viel hatte ich noch nie Drück nochmal Drück nochmal alle drauf Jetzt Ich krieg grad Ich hab grad Lust zu chippen Ich will Tore schießen Fünf Zehn Schüsse Fünf Zehn Schüsse Fünf Zehn Schüsse Elfer aufs Tor Ich muss irgendwas verprügeln Ich muss immer meine Wut rauslassen Boah Boah Wie ist denn das? Komm, weiter geht's Hier ist nirgendwo was Außer das hier So Wow, wir sind knalllose Kollegen Ja Jetzt müssen wir gleich anfangen Ich will ja ein Retirement spielen Okay, machen wir Schadensbegrenzung Oder gewinnen wir gleich 6-5 Was soll's Ja, 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 ja Komm Ja, klar Was war das? Keine Ahnung Das war ne Grätsche Das war auch ne Grätsche Und Das war ne Grätsche Boah Das war keine Grätsche aber trotzdem Ist egal Ich wollte Es ging nicht Auf welcher Tast ist nochmal die Brutale und Grätsche Ich hab da grad Bock drauf Hoch Was? Was? Ja, die ganzen Hacker umzurrennen Ja, ja, ja Ich hab nicht meine Rote Karte Das holen wir nach Okay, komm Ja Alter Weg mit dir Ich hab da Pass dann am besten ab Wenn du da vorne schlöst Pass am besten ab Wenn du da vorne schlöst Nein Abseits Alter, ich bin verletzt Ey, du Arsch Rennen K.O. Jörg, entbrochen sie jetzt Guck mal 6 Oh, bin ich geil Ja, Mann Ey, scheiße Ey, hol die Pulle Boah Komm Ja Meine Fresse Rot 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 Oh Schade Wir haben den Schiri geschmiert Nicht nur der Schiri Ich glaub der ganze Mannschaft ist geschmiert Alter Oh, oh 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 Jetzt läuft durchs Luft Na Den erreicht ich nicht mehr Warte Pass ab Irgendwas 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 Ja Mann Ja 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 Besonders bei dir Du stehst irgendwie im Aus Der Spiel ist gut Das kannst du in deinem Satzbau streichen Oh Mann Oh Oh Souverän Was war das denn für ein Spiel Keine Ahnung Ich hab einfach auf wild irgendwelche Tasten gedrückt Oh Leute Oh Ich krieg's nicht Nein Du verzisst dich Mann, ich wollte passen Nö Ich hab gesagt, du verzisst dich Oh, ich hab die Taste irgendwie nicht gedrückt Ja, okay, das war jetzt Flanken So, jetzt aber Jetzt brauchen wir auch die Flanke Komm spielt Blind Oh Mach doch am besten noch ein Eigentor kassiert oder was Ja Ja Hoch da Alter Ah Ja Ja Ist der sehr schön Ohne Witz wenigstens ein Tor Ist doch mal ein Eigentor Oh, Alter Das darf nicht wahr sein Ja Jetzt außen Kannste vergessen Den krieg ich noch Pass auf, pass auf Pass auf Den krieg ich auch noch Oder den kriegst du jetzt Genau Ja Sauber Wenn das denn Wollte eigentlich die Kirsler Dann hat es überall Mann Haus stehen haben stehen Der da ist, doch ein halbes haben wir uns bereits eingeschenkt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich versteh das auch nicht. Was ist das für eine Überhüterleistung? Ein guter Spielkast hier. Max, ich würd sagen, wir geben dir der Hauptschuld einfach EA Sports. Was hältst du davon? Ja, genau. Gut, alles klar. Abseits. Die haben deinen Controller mal nicht probiert. Ja, mein auch. Hast du gerade mit deinem Torwart ein, naja, hier hast du's ausgeführt. Ja, ja, ja. Jetzt, pass auf. Hey! Jetzt, das war überhaupt nichts. Oh, oh. Schön. Nein! Der sollte da überhaupt nicht hin, aber egal. Oh, Mann, ey. Oh! Da müssen wir grätschen. Grätschen! Ja! Grätschen! Ja! Na, komm! Ja! Ich mach das nie wieder! Ich mach das nie wieder! Ich schwöre, ich mach das nie wieder. Kannst du dich direkt versuchen? Nee, 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 lieber nicht. Okay, alles klar. Achtung, ich schieß direkt! Nein! Max, das ist alles deine Schuld! Sehr schön. Ich wollte direkt aufzimmern, ich hatte es sogar schon planen. Ich hab's, ich dachte zu... Wann mal Leute, was soll das? Was ist das? Boah! Ach stimmt, denn jemand will sterben. Ah, ja. Also, wir werden hier gleich den Ehrentreffer so schnell befeiern, also... So lange die Mauer hinten hält... Wie war das noch Busparken? Hast du, oder? Ja, den krieg ich. Den krieg ich... Ah, da macht er... Nein, Mike, du Idiot! Ah, ja! Scheiße! Was war das denn? Was war das denn? Hoch nö! Ich schreie gleich in meinen Kühlschrank! Mann, wir brauchen mal wieder ein Tor! Da brauchen wir ein Video! Ja! Ja! Oh! Passierst du, Leuchter! Nochmal rein! Oh, da läuft keiner rein! Was? Ja, doch nicht von da schießen! Früher! Oh! Nein! Abseits! Abseits! Mann! Oh, Alter! Achso, ich bin das! Achso, ich bin das! Die brauchen die Leute da vorne! Achso, oh! Scheiße! Ja! Ey, wenigstens Ehrentreffer jetzt! Nein! Das gibt's nicht! Abseits! 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 Boah! Da kommt die Schnauzeiger! Ey, Leute! Die führen 6 Nudel! 6 Nudel! Was ist das? Ja, aber man muss dazu sagen! Wir haben schon seit über einer... Sag ich mal, in Spielzeit einer halben Stunde kein Gegentor mehr bekommen! Das ist ja ausragend! Pass auf oben! Achso! Ne, das war sauber von mir! Das war sauber! Also, da könnt ihr aber nichts sagen! Ich, 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 ich will den schießen! Ich will den schießen! Ja, wach mal! So! Ja! Hau ihn rein! Na! Na ja! Komm da vorne! Stehen Sie! Ja, ja, ja! Da steht niemand! Doch! Abseits! Hoch! Ja! Lauf! Okay! Das war kein Abseits! Das war kein Abseits! Komm! Ui! Oh! Oh nein! Sorry! Einer geht noch! Einer geht noch! Rein! Rein! Ah! Oh! Rot! Ups! Sowas würde ich nie machen! Gold! Gratet! Ey Leute! Es geht nicht! Es geht nicht! Boah! Zieh dich! Fünf Minuten oben drauf! Fünf Minuten! Ich hoffe mir das 11 zu 0 Torben! Ja! Ja! Locker! Und los geht's! Ah! Ah! Das war ein Torschuss! Ah! Jetzt! Pass auf! Das ist sauber! Das ist sauber! Das ist sauber! Das ist sauber! Ah! Ich bin grad irgendwie schwachig! Ah! Und? Wo hast du ihn noch? Ah! Komm! Komm schon! Ah! Ah! Oh! 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 Nein! Und? Oh! 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 Es ist doch zum Schreinen! Auf jeden Fall! Oh! Schade! Du warst sogar Videobeweis, die andere Spieler waren nicht im Abstand. Ja, da war mehr drin, da war mehr drin, ne? Ihr habt 6 zu 0, 6 zu 0? Ich halte doch die Schnurze hier, ey. Das hat 40 Wasser. Jako ist leider gegangen und muss das Spiel neu installieren, aber Patrick versucht natürlich wieder... Leider. Joja, komm. Patrick versucht das jetzt mit einer guten Leistung wieder auszugleichen. Noch einen Konkurrent weniger. So. Die anderen kriegen wir auch noch. Dann bin ich ja zu machen.